So, herzlich willkommen zurück. Wir haben es geschafft, hier hochzukraxeln. Und, äh... Jetzt geht's hier bei den Gunnern an den Kragen. Ich war bloß, ich muss hier irgendwie eine andere Waffe als, als, äh... Wie heißt's? Wannkampfwaffe als, als, als Sniper nehmen. Denn... Die macht einfach viel zu wenig Schaden hier. Ich meine, die macht schon gut Schaden, aber... Das ist noch höher. Ach, das ist da oben drauf. Kacke. Wie komm ich da denn hin? Da hinten rum? Fuck. Oder wirklich nur mit diesem... Mit diesem Aufzug. Das wäre ja total krank. Das wäre ja total krass. Ah, jetzt habe ich gedacht, hier, ich habe eine schöne Möglichkeit gefunden. Guck mal, aber hier komme ich hoch. Hier, hier. Vorsicht. Äh, wo? Wo denn? Ah, ich kann die da... Okay. Wenn ich die von hier aus abknallen nach und nach, das wäre ja natürlich geil. Aber die ist doch runtergefallen, oder? Oder einer? Ist ja geil, dass die ja alle runter wollen. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Aber von hier aus kann ich die schön abwahl, dann nach und nach. Ah, die geht mir auch auf den Sack. Die geht mir auch gewaltig auf den Sack. Probierst du, Junge. Die Wahnsinnigen. Die ist ja echt verrückt. Warum treffe ich sie denn? Oh, meine Fresse. Treffen die mich hier echt? Das ist ja krass. Ah. Ah, da geht ein bisschen was drauf jetzt. Aber wenn es das sein soll. Die werfen hier aber auch Granaten die ganze Zeit ohne Ende. Ich ziehe nicht mal was. Oh. Ah, ich schieße auch noch vorbei. Aber das ist gut. Da kann ich die mal dezimieren. Dann kann ich mit dem Ding so von hier. Und wo denn? Da. Jetzt brennt der Fahrstuhl. Allmächtiger ist das krass. So. Erst ist tot. Mach ich. Schaltet mich aus. Was hat der denn für eine geile Knappe eigentlich? Komm her. Ich mach noch kurz so ein Luftpaket zu mir. Wo ist er? Wo ist er? Komm mal her jetzt. Da ist doch wieder einer. Hier irgendwo. Ich mach dich. Ich mach dich. Ich mach dich. Ich mach dich. Ich muss das so machen, wenn ich da hochgehe, habe ich keine Chance. Ja, das sind drei Stück, ne? Guck mal da. Oh. Ich da irgendwie hoch? Ah, geil. Habe ich Kanaten oder sowas? Geil. Oh, der ist ja gut, der ist ja gut, der ist ja gut. Der ist schon mal weg. Ja, das kostet ein bisschen was hier. Oh. Ah. Legendärer Gegner ist mutiert? Was ist das denn? Warum mutiert der denn? Und warum wirft er sich die ganze Zeit selbst ab? Was jetzt? Kopf. Echt? Allmächtiger. Komm schon. Wahnsinn. 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 Was haben wir denn? Da muss doch ich noch was geben. Hier, Chat. Zeitlupe brauche ich nicht. Hier gibt es richtig gut was, ne? Mad-Ex. So ein Psycho, ne? Scheiße, ich will töten! Hm, naja. Scheiße, ich will nicht zoomen oder was? Doch. Na, war klar. Ah, klar. Mann, Mann, Mann. Oh, der ist auch weg. Hier sind es jetzt, die Jungs. Na, komm raus. Seh dich doch. Oh, was geht mit dem ab? Was ist das denn? Was ist das denn? War das der Mutierse oder was? Hat sich selbst abgeschossen. Cool. Ich würde ja kommen, aber du bist da hinten dran. Ich würde ja kommen, aber du bist da hinten dran. Die hauen aber auch so schnell ab, wie sie gekommen sind, sind sie wieder weg. Ich würde ja kommen, aber du bist da hinten dran. Wie sk체. Ich würde ja gehen, wie sie kommen, wie sie kommen. Komm raus. Fuck. Echt? Fuck. So. Haben wir noch den hier. Wo ist ja nicht der Aufzug? Jetzt muss ich mal gucken. Können wir mal gucken, wo der Aufzug ist. Wir haben die jetzt ja ziemlich dezimiert da oben. Guck mal da. Wer ist das denn? Das sind Attrappen, oder? Geil. Das sind Attrappen. Jetzt will ich auch noch mal gucken, wo hier der Aufzug ist. Da ist der Aufzug. Das heißt, da oben sind die doch. Da oben sind die doch. Das heißt, wir haben die jetzt recht dezimiert. Das heißt, jetzt gehen wir mal rum und machen die komplett platt. Das hat ja keinen Wert hier. Aber das war schon mal gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Chance. Die Frage ist nur, mit welcher Muni? Kann ich am besten hier mit leeren, ne? Jetzt muss ich noch aufpassen. Dieser Bär läuft hier rum. Muss da vorne irgendwo sein. Hier ist der Aufzug. Genau. Wie komme ich da hoch? Hier. Ups. Das ist auch was. Die wissen ja jetzt, dass ich komme, ne? Wenn die den Aufzug hören. Abspeichern. Full HP auf jeden Fall. Und dann. Nochmal ein Chat rein. Ein Chat, ne? Ein Psycho und ein Medix. So. Zack. Und jetzt Truff. Auf die Guten. Der Mutierte macht mir noch ein bisschen Angst. Was geht ab? Was geht ab? Boah. So kann ich mich gleich... Ich weiß was. Auf jeden Fall mal ein... 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 Dings nehmen, ne? Wie heißt's? Ein Stealth Boy. Und mal testen. So. Jetzt gucken wir mal. Wer ist das hier? Das ist der Barnes. Der Barnes ist tot. Der Barnes ist tot. Und da ist der Win Lock. Jetzt pass auf. Jetzt hab ich natürlich mein Dings verschwendet hier. Oder nehm ich grad mal noch einen. Ist mir scheißegal. Scheiße. Ich hab ihn getroffen. Oh, der hat mich gesehen. Und der hat mich gesehen. Äh, hab ich den jetzt getroffen, den Win Lock? Ja. Ich könnte abhauen. Aber ich will ja hier oben noch ausräumen. Auf jeden Fall, ich könnte abhauen. Okay. Okay. Boah, der hat ja richtig fett Rüstung hier. Hab ich noch irgendwie... Ah, hat man sich auch nix dabei. Ich hab nix dickes dabei. Feindliche Präsenz noch. Äh, was nehmen wir denn? Obens Zoom. ...einsatzgebiet nicht sicher. So, der ist auch weg. Sonst ist hier mal zumindest nichts. Ja, ich weiß ja. Aber dieser mutierte macht mir echt ein bisschen Angst. Weise Sensoren zusätzliche Ressourcen zu. Feind wird entdeckt und eliminiert. Ich hab doch meinen Auftrag schon erfüllt, Jungs. Ich hab abgespeichert. Mir kann gar nix mehr posieren hier. Und ich krieg ich auch platt. Nach und nach, aber ich krieg dich platt. Ich will jetzt erstmal noch da hinten ein bisschen rum. Was es hier noch so gibt. Vielleicht liegt mir zufällig ein Fat Man rum und dann mach ich den Blatt. Was ist das? Ach so, das ist der Geschützturm. Ach, der war hier drüber mit Strom versorgt. Geil. Ne, lass das mal schön offen hier. Ich will ja schon plätten hier. Wäre jetzt schade, wenn das nicht funktionieren würde. Bewegung in Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Oh, der kommt. Nein, 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 nein. Stierp, stirp, 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 Oh! Oh! You're Dead! No, it's like a big bitch! You missed out! people have killed me! Oh! Gah! You missed out! I missed out! You missed out! Ist mir scheißegal, ich habe so viel von den Teilen, irgendwann muss ich es ja mal verwenden. Unilea. Oh, das war ein heftiger Kampf hier, meine Güte. So, was hat der jetzt hier? Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Der hat so eine fette Rüstung angehabt, ne? Ja gut, diese T-Teile brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Die kann ich auch wieder. Ja, das ist halt auch die Frage, Kampfrüstung Hanisch. Nee, die sind halt wahrscheinlich... Ach, die haben gar kein Gewicht. Der Helm hat gar kein Gewicht. Kann ich den anziehen? Also... Das ist halt nur T60, ne? 15 Gewicht. Der Helm hat kein Gewicht. Ach, weil er kaputt ist. Gut, dann lassen wir das auch mal hier liegen jetzt. Jetzt haben wir aber immer noch zu viel. Okay. Gut, das lassen wir mal alles hier liegen. 10 Millimeter Automatik. Eine Kampfrüstung. Gleich mal gucken. 10 Millimeter. 16 Schaden. Und die hier? 21 Schaden. Hat mehr Reichweite. Warum hat die eigentlich mehr Reichweite? Das verstehe ich nicht ganz. Die Feuerrate ist weg. Also 100, 227, 227. Ah, die behalten wir mal. Und dann war hier noch irgendwas. 10, 10. Rechter Arm. Ah, wo ist meiner? Ja. Rechter Arm. Mhm. Ich glaube, die kann ich alle umbauen, ne? Die kann ich alle umbauen. Aber geil, wir haben es geschafft. Das ist eine recht lange Folge geworden, muss ich sagen. Oh ja, noch ein Kockner, der Baba. So sieht das aus. Lohnt sich doch immer, sowas zu machen dann. Lohnt sich doch immer, sowas zu machen. So, was gibt es hier oben noch? Schützturm. Nichts dabei gehabt. Ich denke auch nicht, dass hier jetzt noch irgendwas ist. Ne, hier ist Ende. Ja, man kommt aber drüber. Das ist ja schon krass hier, wenn ihr euch das anguckt. Das ist schon die Autobahn, die hier runter geht, ne? Krass, krass, krass. Und hier kommt man auch noch hoch. Ja, ich will aber nicht hoch. Ich will aber unten nochmal gucken. Richtige Richtung, ja. Nein. Ich will sprinten. Ich kann nicht runterfallen hier. Auf der anderen Seite jetzt nochmal gucken. Hier in diesem Gebäude. Hier kann man noch rein. Ja, ja, ist ja gut. Ich schmeiße ja gleich einiges weg. Ist ja in Ordnung. Und hier in diesen Trailer kann man noch rein. Und da vorne kann ich auch noch looten. Die behalten wir mal. Hier auch. Haben wir was doppelt? Ne. Diese Kampfrüstung scheint recht gut zu sein, wenn ich die modifiziere. Aber das hier können wir mal wegschmeißen. So. Schmutziger Armeehelm. Den gucke ich mir auch mal an, ob der besser ist als unserer. Schmutziger Armeehelm. Nein, ist er nicht. So, hier müssen doch auch noch einen Haufen Typen rumliegen. Warum bin ich eigentlich allein unterwegs? Wo ist der Nick? Etaschenabgedunkelte Kampfrüstung. Guck mal, jetzt kann ich 260 tragen. Achso, es geht um das linke Bein, ne? Ne, rechtes Bein. Okay, dann lassen wir das hier drin. Dann fliegt, glaube ich, immer leichte Kleidung auf jeden Fall raus. Oh, ich habe viel zu viel Zeug. Okay, die kann weg. Ach, ganz ehrlich. Doch, auch keiner. Laserpistole. Wir haben wieder 83 Zellen. Juhu, wir haben wieder Schuss. Was ist das denn eigentlich? Wie sieht die denn aus? Boah, die macht einen Haufen Schaden, ne? Was ist das denn für Muni? Schrot. Ja. Was ist denn unser Schrot? 78. Aber die hat ja... Die hat ja ein fettes Magazin hier. Und unser eigentliches Schrot, ne? Hat zwei Schuss und dann ist es weg. Ja, cool. Die behalten wir auf jeden Fall. Würde ich sagen, muss ich dir so eine Laserpistole dran glauben. Schade, aber ist so. Ich will jetzt erst nochmal hier reingucken, ob es irgendwas gibt. Ne. Den hier haben wir noch platt gemacht. Das Duellanten-Kampfrüstung. Militäruniform. Aha, anstatt die leichte Kleidung oder was? Ups. Chance von 10% einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Und das ist rechtes Bein. Was haben wir da? Rechtses Bein. Stärke und Ausdauer. Ah, mhm. Können wir halt weniger tragen, ne? Boah, können wir richtig wenig tragen. Ja gut, ich nehme es aber auf jeden Fall mit. Äh, sieht das hier aber wieder an. Und muss mich leider hier noch von ein paar Waffen verabschieden. Impro. Pistole. Laser-Pistole brauche ich auch nicht. So. So, das war es hier, ne? Ach, guck mal, da oben ist noch so ein Terminal. Boah. Können zwei Folgen draus machen hier. Turmsteuerung. Ja, die haben wir hier schon alle platt gemacht. So, und hier war das Tor zum Schließen. Gut, dann war es das. Dann haben wir jetzt hier endlich alles. Ja, hat sich gelohnt. Bist du ein guter Ausbeute bisher. Wir können uns jetzt hierher porten, denke ich mal. Abgeschlossen. Sehr schön. Gut. Ich port zurück nach Sanctuary. Modifiziere das alles. Guck mir das mal an, das Ganze. Und wir sehen uns nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. War eine echt lange Folge. Ab morgen wieder kürzer. Bye, bye. Bye.